Hallo, darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Ja klar, ein Pilz bitte. Nur ein Bier? Wie wär's mit einem schönen Wein? Ja, von mir aus. Welchen möchten Sie? Haben Sie was außer Pfalz? Leider nicht, aber ich könnte Ihnen den Chantue Paris, Briscanti Biblio Canté oder den N'Golo Canté empfehlen. Ja, das letzte klingt ganz gut. Den N'Golo Canté. Ja, genau das. Gerne. Fertig? Ja. Lassen Sie ruhig die Flasche stehen. Sicher. Ajo, ich hab Durst. Alles klar. Ja. Hat er grad eine ganze Flasche bestellt? Ja, sowas hatten wir noch nie. Der lässt bestimmt ein fettes Trinkel da. Die Flasche kostet ja 1400 Euro, ne? Also behandle ihn gut. Mhm. Was macht er da? Trinkt er grad aus der ganzen Flasche? Ja, sieht er noch aus. Kennt ihr überhaupt den Wert? Und? Schmeckt? Ja, schmeckt gut. Kannst gleich noch eine hinstellen. Ähm, aber Sie wissen, dass die Flasche 1400 Euro kostet. Halt! Die Flasche ist 120 Jahre alt. Die kann man nicht ersetzen. Das war's mit dem Trinkgeld. jetzt ist das mondain. Ich habe mir gehört, Das telephone.